Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Runde Quick Bad Wars. Ein neuer Spielmodus auf dem GOMMESERVER. Wir spielen anscheinend mit Stiggy zusammen, er sieht zumindest sehr danach aus. Es kommt heute eine Folge PvP, schon sehr, sehr lange nicht mehr auf meinem Kanal. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Ich nehme mit Peter immer ungefähr drei Folgen Regrowth auf und dementsprechend hatten wir für heute nichts mehr vorproduziert und konnten leider auch nicht aufnehmen, da es dem Peter zur Zeit nicht so gut geht. Der ist ein bisschen erkrankt und deswegen, ja, ist es doof, dass wir keine Folgen haben. Deswegen kommt heute zur Entschädigung eine Runde Quick Bad Wars, wie gerade schon gesagt, und die zusätzliche Entschädigung, ich habe es extra nicht in den Titel geschrieben, gibt es einen Game Key zu gewinnen und zwar einen Key für Rocket League. Wie genau, das werde ich euch nicht verraten. Dafür müsst ihr ganz close Attention payen, yo. Und dann findet ihr hoffentlich selbst raus, wie ihr am besten an den Game Key rankommt. Aber ja, viel mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Unser Stegi macht nicht unbedingt coole Sachen da, muss ich ihm ganz ehrlich mal sagen. So, warte, wir machen hier kurz den MLG Move for 20. Holy shit, war das krass. What, mate, what? Nigga, what? Oh nein, er ist nicht runtergefallen. Ich hasse mein Leben. Oh man, warum ist Stegi behindert? Dabei war der Move so gut. Naja, ist egal. Auf jeden Fall war es das soweit für eine Runde Skywars. Bad Wars, Quick Bad Wars. Mensch, ich bin schon so ein bisschen manchmal der MLG King. Guck mal, wir gehen in eine 4x4 Runde rein. Und schauen mal, ob wir mit 4 Spielern mehr was geschissen bekommen als mit 2, hoffentlich. Aber eigentlich ist dieses Video nur da, um euch darüber zu informieren, dass eben heute leider kein Regrowth kommen wird. Ich hoffe morgen dann schon wieder, je nachdem wie es Peter dann geht. Der meinte auf Twitter heute, ähm, ist die Erkältung auf dem Höchststand. Das heißt, es könnte auch sein, dass morgen immer noch kein Regrowth kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir es hinbekommen. Aber ich kann nichts versprechen. Ansonsten, äh, wird vielleicht nochmal irgendwas anderes kommen. Ich hab noch ein paar Sachen aufgenommen. Das heißt, eventuell etwas anderes, außer unglaublich tolle, ja, äh, ne? Skywars-Videos. Sky-Quick-Survival-Games. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich hab schon so unglaublich lange mehr keinen PvP mehr gespielt, dass ich schon so ein bisschen eingerostet war. Obwohl der Move gerade, der war schon, um mal ordnest to be, ganz schön sick. Also, würde ich schon mit einer soliden 10 out of 10 raten. Aber, wie genau man das raten, oi, 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 raten würde. Sag mal, da hat doch noch ein Knockback, oder? Guck mal, alle am Cheaten hier, alle am Cheaten. Ist das jetzt unser Teammate oder ist das ein Gegner? Ich glaube, das ist ein Gegner, oder? Ja, doch, die bauen sich auf jeden Fall hier hoch. Ich glaube, dann sind das Gegner. Ey, was geht ab? Guck mal, pass auf. Ah! Ah! Da hab ich ihn erwischt. Da hab ich den besseren Ping gehabt. Aber ich frag mich gerade, was mein Team macht. Die gucken alle nur doof, was der Typ jetzt da macht. Und keiner macht irgendwie irgendwas. Ich würde gerne mal wieder mehr mit, äh, anderen Leuten spielen. Vielleicht machen wir das mal wieder. Ich hab ja mit Peter und so relativ lange Zeit, ähm, immer Badwoss gespielt. Nicht auf dem Gomez-Server, sondern auf einem anderen. Und das hat eigentlich immer ziemlich viel Spaß gemacht. Also, ich weiß nicht, war an sich ganz cool. Weil man als Team halt sehr viel mehr Koordination hat, als mit irgendwelchen Randoms, die, keine Ahnung, hier AFK rumstehen. Und, boah, seinen sammeln, der andere schaut gerade, was er sich Schönes kaufen kann. Und hat immer noch nichts gefunden, so wie es aussieht. Und ich hab ein paar Items. Und ich hab ein bisschen Money. Oh, das ist mein Teammate. Und ich hüpfe fast runter. Eieiei. Mensch, ganz schön intenses Battle hier gerade. Zwei Minuten noch. Der Typ ist immer noch AFK. Macht wahrscheinlich gerade ein YouTube-Video. Okay, pass auf. Wir holen uns erstmal ein Schwert. Wir holen uns eine richtig geile Rüstung. Ihm, bevor ich gleich tot bin, weil da schon wieder ein Typ rankommt. Sag mal, raffen meine Teammates eigentlich irgendwas? Fahre ich mich gerade? Weil es kommt mir irgendwie nicht so vor. Der Typ ist halt AFK. Okay. Wissen wir schon mal ein bisschen Bescheid, ne? Das sieht ja schon aus wie in der Minecraft-ESA. Mensch, das ist eine Clown-Fiesta. Die Minecraft-ESA, kann ich euch sagen. Genauso wie das hier drin eine Clown-Fiesta ist. Pur. 10 out of 10. Und der hat einen Hack. Krasser Typ. Oh, hier ist ein Gegner. Au. Got him. Komm, fall in die Lava. Homo. Nice, gut gemacht. Okay, warte. Der hat sogar fast unser Bett abgebaut. Aber unser AFKler hat uns den Arsch gerettet. Das war nämlich sein Plan. Sein ganzer Plan war die ganze Zeit nur, da hinten dran zu stehen, zu tun, als wäre er AFK. Und dann, warum machen die Leute das? Das bauen die doch nur, weil die Leute das in der ESL-Digals-Hack gemacht haben, ne? Mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe so lange kein PvP mehr gespielt. Und dann spielt man einmal wieder PvP und dann machen alle das, was man normalerweise in der ESL gemacht hat. Krasse Typen. Und da bin ich der beste Minekraft-Spieler, den es auf der ganzen Welt gibt. Nein, der hat einen Hack. Irgendwie ist es lächerlich, was die Leute da teilweise machen. Ich bin so gut in der Sachen. In der Sachen wusste ich gar nicht, dass ich sowas kann. Mensch, ich sollte auch in der ESL spielen. Wenn ihr wollt, dass ich in der ESL spiele, dann gebt mal einen Daumen hoch. Mal locker kaputt, die Noobs, ey. Bin ein Profi-Minikraft-Spieler. Oh ne, unser Bett ist gleich kaputt. Warte, das ist nicht gut, ne? Bett kaputt heißt, ich sollte nicht unbedingt da rausrennen und Yolo-Molo-Move machen. Auuuuch. Zum Glück war das nicht lauuuch. So, pass auf. Yolo-Molo-Move. Uah. Was macht der denn da? Nice. Good move, Summoner. Okay, pass auf. Ich camp jetzt einfach hier. Die Noen nämlich nicht, dass ich hier am Bienen bin. Warte, ich glaube, die Noen schon, dass ich hier am Bienen bin. Ja, die Noen, dass ich hier am Bienen bin. Oh, jetzt haben sie aber Angst, die Lappen. Guck sie denn. Oh, warte. Also, den kicken wir jetzt erstmal runter. Zack. What? Willst du mich verarschen? Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Wie hat er mich denn da noch getroffen? Der Cheatet. Tschüss.